Ich bin nicht das, was man ein lockeres Mädchen nennt, Mr. Jackson. Sie dürfen mir glauben, ich... Das hab ich wirklich nicht so gesagt. Ein Mann mit mehr Mut, als man glaubt. Ich bin alles, was du hast. Ich konnte kein Risiko eingehen. Eine Frau mit geheimen Leidenschaften. Ich kann nicht mit ansehen, dass meine Brüder oder Jackson Wayland umgebracht werden für etwas, das ich zu verantworten habe. Eine Liebe, der sie nicht widerstehen können. Cole, könnten wir über diese Familie miteinander sprechen? Eine Liebe, der sie sich nicht entziehen konnten. Winter, people. Wie ein Blatt im Wind. Demnächst im Kino.